Und damit willkommen zurück hier bei Civilization Drive New World Ja, du hattest einen Auftrag und zwar lautete dieser Auftrag Genau, war das nicht nach Nottingham zu reisen, äh, Panama Stadt zu reisen? Gute Frage, nächste Frage, Missionare Ähm Gut, ist ja schön Zurück Ja, bevor der hier bei mir jetzt anfängt zu missionieren, nehmen wir die lieber Ne? Geht ja gar nicht Das geht, das geht so aus von überhaupt nicht Meine Soldaten Ich meine die Kö... achso, ja, Moment mal, da oben sind ja auch noch nicht meine Die sind mir wahrscheinlich... ah ja, Schützen von Hanoi, die sind mir auch nicht so wohlgesonnen Stimmt, da war ja was, wir sind ja mit jeder Menge Leute im Krieg Ähm, ihr geht auf Stellung halten Ähm, nee Ähm, nee Ihr dürft zweimal, ne Ja, wir müssen die Schützen hier wegmachen, da führt kein Diekant vorbei Alles gar kein Problem Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin Das gefällt mir gar nicht Gefällt mir auch nicht Bereitschaft Ähm, ihr aus Esau geht natürlich wieder rein nach Esau, ist ja ganz klar Stellung halten Die werden verkauft Stellung halten Nächste Runde Graz Das gefällt mir Da oben Ja gut, Berlin wird alleine mit denen fällig, ne Da können die Österreicher gar nichts Machen Nanananananananananana Das könnte aber deren Tod bedeuten Aber meiner Mh Na, vom Hügel auf Suchsan ist natürlich immer positiv Aber wir haben es Soweit geschwächt, dass wir sie von hier aus angreifen können Tödlich sogar Na, das wollte ich ja gerade sagen So geht das aber nicht Ihr geht mal Automaten In zwei Oh, ich hoffe man sieht die FPS-Anzeige da oben nicht Aber wenn auch nicht so schlimm Liegt ein bisschen ungünstig Wir können es aber auch Naja, das bringt mir gar nichts, ne Ja gut, okay Ich hoffe man sieht die FPS-Anzeige da nicht Die ist von, äh Steam Die habe ich mal wegen Livestream-Versuch reingemacht Ähm Um zu sehen, ob ich dann konstante FPS-Zahlen habe Oder nicht Und wie das Ganze so funktioniert mit Steam Bislang gar nicht mal Bislang gar nicht mal so schlecht Mann Ja, es ist ein bisschen spät, wo ich jetzt aufnehme Ähm Daher ein etwas raueren Äh, Rachen Raueren Lieber ein raueren Rachen Wie ein raueren Drachen Ha, 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 ha Äh Blö Ihr solltet Straße bauen, ne Baut da eine Straße, das geht Nächste Runde Das gefällt mir nicht Also das mit der Zufriedenheit ist Blade Und ihr habt ja schon geschrieben Zumindest ein Kommentar war ja schon da Ähm Griechenland niederzumachen Ha, ha, die hole ich mir Die hole ich mir Ähm Der erste Bomber ist fertig Oh yeah Wenn wir Glück haben, kriegen wir gerade die Runde Zufriedenheit minus eins Das gefällt mir gar nicht Äh Puh Ja, ja Geh da hin und mach mal Schäflein Äh Gegen Städte Gegen Städte Gegen Ach Ach Oh Jawoll Jawoll Das lohnt sich Du kommst allerdings jetzt nach Paris Ich denke schon Ja, ich denke schon Und welcher ist das da jetzt Ach, das ist er hier Ja, 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 ja Dann mach das da mal So, wie sieht's aus? Passt Sehr schön Wir werden Eine Marionette Erstellen Ja, die Frage ist Die jetzt Ne, das macht keinen Sinn Da jetzt irgendwo Überstürzte Stadt zu Adjektieren Das kostet mich einfach noch Viel, viel mehr Unzufriedenheit Ne Das kostet mich einfach Viel mehr Unzufriedenheit Wir stellen uns da mal Den in den Weg Dass die nach da unten hin Ausweichen Müssten So In Paris Können wir bauen Nichts Was mir Zufriedenheit bringt Auf die schnelle Welle Wir könnten Noch mal Sowas Nehmen Und dann Zwei von Dienen Die kosten mich auch Öl Dann hätten wir All unser Öl Aufgebraucht Ne Okay Ja 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 Das wird bedeuten Dass da unten Müssten wir Richtig fix Auch Anbinden Ja Wäre Nicht schlecht Ne Ne Griechenland Lassen war es Ne Spanien Angreifen Oder war es Umgekehrt Ich werde eh Noch ein bisschen Brauchen Die Kombination Des kraftvollen Ja 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 Jetzt können wir Zumindest Die ganzen Züge machen Was schon mal Gar nicht So Megamäßig Verkehrt Wäre So Tötet Und tötet Geht besser Geht besser Auf alle Fälle Der Missionar Missioniert Äh der Profil Missioniert Natürlich Damit ist er auch Aufgelöst Ich würde glatt Sagen Kollege Geh du mal Da runter Bau mir lieber Mal Das Öl Ab Bis zur Heilung Verschanzen Auflösen Ich kann mit euch Nichts Anfangen So Brauch nämlich An verschiedenen Stellen Noch Truppen Weil Mogadischu Gehört Griechenland Was ja Nicht So Das Beste Ist 1 1 3 3 Äh Halt 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 Ich mag schon wieder denselben Fehler Rein theoretisch Da Scouting Truppe Komm ich nach Mogadischu Recht Fix Ja Das Schiff Könnte ich Upgraden Wenn ich es in meinen Hafen Schicken würde Aber Schiffe haben wir Jetzt nicht ganz so viele In Novgorod Kann ich Pora Bauen Müssen An Küsten Stadt Gebaut Wer Wenn ich dich Auf Produktions Fokus Stell Sind 16 Runden Das Ist Schön Forschung Wielen Wir Neben Will Ich Hier Runter Auf Das pentagon Irgendwo Schon Danach Auf Die Atomtheorie Ja 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 Machen Wir So Machen Wir So So Soll Recht Sein Nächste Runde Das Da gefällt mir Immer noch Nicht Aber Ich könnte mal Gucken Wie es halt In den anderen Städten Aussieht Ob Wir Da Nicht Vielleicht Doch Noch Das Ein Oder Andere Kulturelle Gebäude Zufriedenheitsgebäude Kaufen Können Und Und Vielleicht Die Eine Oder Andere Stadt Direkt Mal Manchmal 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 Ist die KI Komischer Wollte Gerade Ein großes Konzert Wahrscheinlich Bei mir Abfalten Aber Ehrlich Zu Sein Und Ich Komm Da Noch Hin Ja Super Dann Opernhaus Was Hier So Oder So Fehlt Die Waffenkammer Moskau Wissen Wir Da Geht Eh Nix Neuschwanenstein Oha Wegen Ein paar Runden Macht Das Jetzt Nicht So Viel Sinn Ich Dachte Neuschwanen Nicht Neuschwanen Sondern Neuschwanstein Wäre Schon Irgendwo Gebaut Wollen Ich Glaub Ich Habe Es Nur Nicht Gemacht Weil Ich Mir GEDACH Hab Nix Gar Nicht Haben Aber Anix Da Ja Das ist Paris Hätte ich Vor Mal Gucken Können Esau Hat Ne Burg Plus Eins Ich meine Es ist Immerhin Ein Bisschen Was Es Ist Ein Bisschen Was So Wir Schon Mal Bei Minus Drei Das Werd Ich Nicht Kaufen Selbst Wenn Ich Hätte Können Berlin Hatten War Schon So Weint Okay Jetzt ist Die Frage Die Möchte Ich Irgendeine Stadt Noch Annektieren Monaco Würde Sich Anbieten Weil Zwölf Dings Zettel Einwohner Hat Hat Auch Eine Menge Gebäude Und Wir Könnten Das Gerichts Gebäude Kaufen Okay Der Nächste Bomber Ist Fertig Ich Würde Sagen Weiter Gegen Städte Ich Hab Gegen Städte Am Liebsten Muss Ich Sagen Dahin Und Solange Meine Feinde Noch Keinerlei Dings Haben Passt Das Ich Bin Echt Am Überlegen Ob Ich Nicht Griechenland Einfach Weghauen Soll Ich Glaub Es War Auch Griechenland Wo Genannt Worden Ist Ich Kann Ja Nochmal Die Kommentare Durch Gucken Es Wird Eh Noch Ein Bisschen Dauern Weil Eben Ich Will Erst Mal Die ganzen Stadtstaaten Kriege Da Über Mich Hin Weg Bekommen Ein Bisschen Was Haben Ausruhen Das Wäre Vielleicht Gar Nicht Mal So Schlau Stellung Und Pause Jetzt Macht Ihr Die Mal Platt Das Wäre Schön War Ja Klar Dass Ihr Noch Mal Einen Tötet Das Ist So Als Wär Mir Da Mit Den Krieg Die Sind Mit Na Menge Menge Leute Im Krieg Nächste Runde Vielleicht Mal Nicht So Viel Gammeln Das Wäre Vorteilhaft Wir Machen Haufen Gold Plus Meine Wüte Nicht Schlecht Die Zufriedenheit Müsste Ein Bisschen Besser Sein Das Wäre Nicht Schlecht Guck Wir Haben Goldenes Zeitalter Dürfen Nicht Vergessen Brutal Was Wir Hier Achso Er Ist Rüber Geflogen Okay Jetzt Jetzt War Ich Schon Etwas Verwirrt Weil Da Keine Ahnung An Animation Da War An Wolltukollege Ah Sehr Schön Und Zwischen Berlin Und Etomo Müsste Ja Eigentlich Auch Wieder Was Sein Graz Ist Verbunden Graz Können Wir Natürlich Noch Ein Bisschen Mit Es So Ich Finde Das Toll Mit Den Zu Arbeiten Du Hier Mein Freund Was Machst Du Oha Ähm Automat In Gra Achso Die sind Die sind Voll Auf Okay Ihr guckt mir euch da rum. Oha! Dahin, Bautrupp, klauen. Ich hab ja so wenige. Ja, ganz wenige Bautrupps hier, ne? Nö, hab ich jetzt nicht so ganz Lust und Laune, Mädel. Du stärkst leider Spanien. Das kann ich nicht zulassen, ja? Wirklich nicht zulassen. Äh, ihr kriegt Genauigkeit. Mal dahin. Ja, wir werden so unendlich viele militärische Truppen noch brauchen, dass... Hm. Der Vatikanstaat ist gar nicht mal so schlecht, wenn wir den einnehmen, übrigens. Ein bisschen Seestreit macht werden nicht schlecht, aber ich müsste halt gleich annektieren. Salzburg hätten wir gefunden. Okay. Die sind recht klein geblieben. Monaco baut mir bitte ein Krepost warum... Nee, 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 nee. Aha! Das da wollte ich doch. Kein Tempel. Waffenkammer baust du mir. Du baust mir eine... Das da, eine Börse. Ähm... Amphitheater. Okay. Da unten... Ja, ein bisschen was bringt... Was hat denn eigentlich gerade gehabt so ein Gebäude? Achso. Ich bin ja blöd. Okay, passt schon. Ham, 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 ham. Eigentlich... Hm, Pakoden. Wäre jetzt halt die Überlegung, ob man vielleicht... Nee, passt. Äh... Ach, der Werteherr ist auch mal da. Geh mal da runter. Meine Güte. Ja, wir brauchen hier auf alle Fälle noch ein bisschen Truppen, ne? Heioi, 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 heioi. Hm. Tja, die, 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 die Sache ist halt... Die Sache ist halt... Die Sache ist halt die hier unten. Bei griechischen Land. Will ich sie direkt nehmen? Aktuell wäre es halt recht einfach, ne? Ja, Öl abbauen, ist ja klar. Sehr schön. Nach Parisque. Ähm, Vancouver, bitte weitermachen. Ansonsten ist Moskau fertig. Hm. Ja, 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 ja. Mach mal mal. So. Sieht einigermaßen gesund aus, glaube ich. Dann können wir die nämlich upgraden, könnten Flak bauen im Falle eines Falles, wobei ich da nicht glaube, dass da irgendwo was kommt. Ähm, macht nix. Ja, mit der As, ähm, Asterie. Mit der Artillerie können wir natürlich, äh, Sparta. Mit den Bombern, Athen. Woll ich hier, ja, nächste Runde, hallo. Äh, hier noch einen MG-Schützen gebrauchen. Äh, ja, 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 ist schon gut, ist schon gut. England hat euch denotiert. Isabella hat Maria Theresa den Krieg erklärt. Theresa, ja, nicht Theresa. Theresa, ja. Fast schon. So, wir sind bei null Zufriedenheit, zwei Zufriedenheit, ein Schriftsteller geboren. Das bedeutet, da kann ein, äh, militärisches, äh, Brieflein mal fertig machen. So. Ähm, ausruhen. So, nächste Runde haben wir das dann. Dann hoffe ich, dass wir das bekommen, was ich gerne hätte, um das zu bekommen, was ich gerne hätte. Wahnsinn, wie tief sind ich das ist wieder mal. Es liegt an der Uhrzeit, die so früh am Abend ist, dass es schon wieder spät ist. Äh, Hanoi. Oh, ja, genau, das wollte ich eigentlich erreichen, dass die ganzen Leute nochmal rauskommen. Oh, ja, laufen, laufen. Einheitenbeförderung. Sehr schön. Wurde es mir stehen, wenn du zweimal jetzt feuern dürftest, du Sahne. Ja. Dann kann uns Griechenland auch nicht mehr nerven mit irgendwelchen dämlichen, blöden, stinkenden, dä-dä-dä-dä-dingern, da. So. Wisst doch Bescheid, ne? Dann weißt du Bescheid. Ah, Gott, nein. Das macht ein Arbeitskollege von mir immer wieder. Dann weißt du Bescheid, ne? Ja, ja, ich weiß schon Bescheid. Oh, ja. Aber so. Zum Ersten. Leider kein zum Zweiten. Wir lassen sie da oben auf den Berg. Schicken die noch mit dazu. Plündern. Ihr sollt nochmal plündern. Das ist sehr schön. Okay, die bekommen ganz klar abfangen, 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 abfangen. Also, einen machen wir wirklich mal so auf drei abfangen. Das ist ganz selten, dass ich das mache. Also, nochmal zwei und dann noch Reichweite erhöhen. Abfangen. So. Drill. Drill. Ein zusätzlichen Angriff. Du kommst. Ja, bereiten wir doch einfach mal eine Großoffensive gegen Griechenland vor, ja? Ähm, Paris, wollte ich gerade mal was im Begriff. Ein Dreidegger ist noch im Bau. Okay, sehr schön. Es können nämlich nur sechs Flieger in einer Stadt sein. Von daher, wichtig. Wieso kann ich noch Schwanstein hier unten? Ah, das war das mit den Bergen. Hoch in den wilden Bergen. Äh, ja, aber ansonsten... Ja, mach mal das noch. Okay. Was wollen sie... Ha, 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 fa, fu, ha, ja, klar, lo, ich, äh, nee, jetzt hast du dich erst recht zum Opfer gemacht. Bitte lass das Griechenland gewesen sein, den ich angreifen darf. Nein. 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 Toll, super, da unten ging's nicht. Äh, 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 äh. Hm. Puh. Äh, na, 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 na. Mir bringt weder das eine noch das andere was, ne? War da noch was dabei, was ich haben wollte? Ich glaube, ja, deswegen muss ich hier oben irgendwas machen. Vielleicht, vielleicht können wir ja mal militärisch, militaristischen... Ach, du Scheiße. Oh, oh. Sag mal, wie bin ich denn bei denen so hochgekommen bei Antanavario? Kathmandu ist religiös, interessiert uns nicht. Mogadischu ist maritim, interessiert mich nicht. Vilus, kaufmännisch, Vatikan wird, okay, Dings sein, äh. Religiös, 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 klu, pu, kultiv. Kann das sein, dass es gar keine militaristischen gibt? Hanoi, Hanoi müsste doch militaristisch sein. Ach, du Scheiße. Halt! Wir brauchen wie viel Gold? 2.000... 3.000... Ähm... Also, wir bräuchten 3.000 Gold. Ne? 3.000 Gold, um mit den Hanoian... Das wäre ja eigentlich jetzt nicht so die dummste Idee. Dann könnten wir davon auf alle Fälle profitieren. Salzburg und Wien können wir ja ausbeuten wie Blät. Die Frage ist nur die, kann ich die behalten? Haben die irgendeine Quest? Nö. Wir könnten warten, bis er neu eine Quest hat. 3.000... Naja, aber 3.000 Gold zu Dingsen... Ist halt auch so eine Frage, ne? Wir werden es sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall als recht herzlichst fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei wärt. Und dann schauen wir mal, welchen der Großreiche wir den Krieg erklären am Ende. Okay, baba.